Sie dürfen natürlich bei einem Berliner Militärmusikfest nicht fehlen, die Soldaten des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung. Zu ihren Aufgaben gehört es, ausländische Staatsgäste des Herrn Bundespräsidenten oder der Regierung mit protokollarischen Ehren zu empfangen. Das ist eine internationale Gepflogenheit. Doch in ihrer Drillshow zeigen ihnen die Soldaten, was sie mit einem Karabiner 98K noch so alles machen können. Hier ist das Drillteam der 7. Kompanie des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung gemeinsam mit dem Spielmannszug des Stabsmusikkorps beide aus Berlin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aus Das ist das Jahr! Beide um Augen rechts! Da hat er aus! Das ist das Jahr! Auf Wiedersehen, so... Aus! Applaus 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 Wir sind zurück. Aus! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Aus! Präzise wie ein Uhrwerk, das ist exerzieren auf höchstem Niveau. Solche Show-Elemente gehören natürlich nicht zu den Standardaufgaben des Mach-Bataillons beim Bundesministerium der Verteidigung. Diese jungen Wehrpflichtigen haben diese Show neben dem allgemeinen Dienst einstudiert, da kann man nur sagen Hut ab.